Ihr Fernseher kann mehr als Sie denken. Dank dieser kleinen Box verwandelt er sich im Nu in eine umfassende Multimedia-Zentrale mit unendlich großem Angebot. Der DVS 3305R macht das digitale Überallfernsehen DVB-T auf Ihrem TV-Gerät empfangbar und fungiert als Media-Player für Filme und Musik. Dazu stecken Sie die Mini-Medienzentrale an den SCART-Anschluss Ihres Fernsehers. Durch das Kippgelenk kann sich der Receiver extra schlank machen. Der Receiver sucht die kostenlosen Digitalsender automatisch. Viele Komfort-Extras, wie zum Beispiel der elektronische Programmführer, erhöhen den TV-Genuss zusätzlich. Optional können Sie das pfiffige Media-Center sogar als Videorekorder nutzen, indem Sie die Aufnahmefunktion aktivieren. Von USB-Speichern oder Speicherkarte können Sie natürlich auch Ihre Bilder, Filme oder Musik wiedergeben. In dem übersichtlichen On-Screen-Menü finden Sie schnell und ohne Umwege zur gewünschten Funktion. Dank Fernbedienung lässt sich der Receiver bequem vom Sofa aus bedienen. Sie sehen, es gibt keinen Grund, Ihren Fernseher zu entsorgen. Dieser kleine DVB-T-Receiver wertet ihn für kleines Geld zum Media-Center auf. Bei so viel Komfort und Funktionsumfang kann man einfach nicht Nein sagen.